Wir feiern 5 Jahre Single, das ist krass, oder? Mit dem ich auf gar keinen Fall eigentlich ein neues Jahr feiern will. Übrigens, ich bin auch mit Peyton wieder gut. Aber ich denke nur so, ich will mich einfach nicht damit beschäftigen müssen. Saßen wir alles an meinem Tisch und ich saß neben Sascha. Oh mein Gott, ich saß neben ihm. Jetzt habe ich wieder so richtig viel rausgehauen. Ey, wirklich, das ist so nice. Hello, Freunde und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video. Heute geht es aber in der Haare. Es ist immer wieder Zeit. Seht ihr meinen Ansatz? Ihr seht es, oder? Also, der ist auf jeden Fall schon so ein Stück rausgewachsen. Bei mir ist es nicht so extrem, weil ich selber ein ziemlich aschiges Blond als Naturton habe. Was ganz Geiles. Aber es ist immer wieder Zeit für ein richtig geiles Weißblond, meine Damen und Herren. Also es soll wieder richtig schön weißblond werden. So wie ich es liebe. Neue Accentions, die sind ja auch schon rausgewachsen. Das machen wir heute, damit es vor Weihnachten noch erledigt ist. Also fahre ich jetzt mal hin. Dann machen wir das schnell. Und dann geht's weiter mit dem Blog. Freunde, glaubt es nicht. Ich habe einfach meinen Schlüssel. Es war gerade so ein Wunder, dass ich hier reingekommen bin. Da war nämlich jemand, der hat so einen Schlüssel. Ich habe meinen Schlüssel beim Auto vergessen. Und bin dann einfach rausgegangen, weil mein Auto sich immer von selber abschließt. Das heißt, man offenbar die ganze Nacht auf. Es ist nicht schlimm, weil ich keine Tiefgarage, alles cool. Aber wie dumm kann man sein, erklär kurz. Mein Schlüssel ist einfach hier. In meiner Seitentür. Wow. Die Accentions kommen raus. Und dann sieht das Ganze aus. Was passiert eigentlich mit den Haaren? Ich schmeiße die weg. Das ist jetzt schon. Wobei, ich glaube, ich behalte die jetzt mal. Ich kann meine Tätiöne sehen. Oh, Leute, dieses Gefühl ist so komisch. Diese Mini-Haare jetzt. Guck mal. Es ist so komisch. Guckt euch das an. Also wenn die gefärbt sind und gestylt sind, dann ist es ja noch in Ordnung. Aber die sind echt so geistig angekündigt. Oh mein Gott. Guten Morgen, Leute. Jetzt seht ihr wirklich eins zu eins, wie ein Morgen bei mir abläuft. Erst mal absoluter Hustenanfall. Ich habe gestern Fusilli-Nudeln mit Pesto, Rosso, also rot, in meinem Bett gegessen. Viel zu schnell. Danach war mir einfach nur schlecht. Eine Nudel ist mir runtergefallen auf meinem Bett. Jetzt sind sie so von Fusilli so grillen. Jetzt habe ich einen Fleck. Aber egal, ich werde mich wahrscheinlich darum kümmern, dass ich mal wieder ein bisschen lebendiger aussehe, ein bisschen mehr Self-Tan habe. Und dann wird mein Bett eh wieder voll mit Self-Tan sein. Das ist halt immer so eine Sache, ne, bei Frauen. Aber gut, dass ich Single bin. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr immer schlaft. Was habt ihr immer an beim Schlafen? Irgendwie interessiert mich das. Ich habe jetzt erst mal, mein Gesicht kutzt einfach mal mit Wasser. Ich muss aber noch richtig reinigen. Und ich habe meine, ähm, Zähne kutzt. Schon mal das Wichtigste. Ein bisschen reinigen. So ein Reinigungsgel. Oh, das habe ich ja schon mal gezeigt. Ich habe hier einmal von Formalskin das Reinigungsgel. Ich werde das gleich einfach wieder mit einem feuchten Lappen runter machen. Du kannst ja bei Formalskin eine Hautanalyse machen online. Und du schickst dann auch so einfach Bilder auch von deiner Haut, damit man sich das einfach so ein bisschen anschauen kann. Und musst ein paar Fragen beantworten. Das dauert aber auch gar nicht so lange. Und wenn du das dann gemacht hast, schauen sich Ärzte oder machen für dich eine Hautanalyse aufgrund deiner Antworten und deiner Bilder. Und dann bekommst du eine extra ärztliche, auf dich abgestimmte Formel sozusagen. Wenn ich Ausbrecher bekomme, was meine Haut angeht, dann ist es eine Vollkatastrophe. Wow, ganz schlimm. Ich habe gerade dieses Reinigungsgel benutzt. Und Step Nummer zwei ist bei mir dann immer das hier. Das ist nämlich die leichte Pflege. So heißt das. Morgen und abends benutzen. Und dann habe ich halt noch meine eigene Formel. Also es ist ganz einfach. Ihr macht eine Hautanalyse. Dann bekommt ihr eure eigene Formel und eure eigene Zusammenstellung von den Produkten. Dann gibt es die Möglichkeit, entweder jeden Monat neu zu bestellen, eine neue Lieferung zu bekommen. Oder alle zwei Monate. Dann bekommt ihr eine größere Verpackung. Ich habe die kleine Variante, weil ich finde es eigentlich super schlau und cool, dass es kleine Verpackungen sind. Also die gibt es nochmal größer, die man schneller verbrauchen kann, weil ich ehrlich gesagt auch jemand bin. Ich vertraue sowas nicht und ich schmeiße immer super viel weg, wenn es abgelaufen ist oder wenn die zwölf Monate vergangen sind. Dann habe ich immer so, boah, nee. Okay, ich habe Angst, ich will über was Neues, dass die Wirkung verloren geht oder dass es irgendwie productiv deiner Haut gegenüber ist. Keine Ahnung. Ich glaube, dass es gar nichts Schlimmes ist und ich glaube, ich übertreibe ein bisschen. Aber deswegen finde ich das Prinzip halt einfach auch richtig cool, dass man die Möglichkeit hat, jeden Monat sich das neu liefern zu lassen. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine leichte Pflege, die ich jetzt drauf mache. Meine Haut schwankt gerade so krass, weil ich gerade die einfach komplett gereinigt habe mit diesem Reinigungsgel und man danach wirklich, dass man spürt es doch einfach, dass da nichts mehr ist gefüllt. Ich habe tatsächlich immer noch meinen Code, der heißt Selina und da bekommt ihr auf den ersten und den zweiten Monat jeweils 40% Rabatt auf eure Bestellung und auf Refill. Ich habe schon so viele Ergebnisse gesehen, wo Leute wirklich eine schlimme Akne haben und durch die Produkte eine super Haut bekommen haben. Man sieht nach Wochen schon krasse Ergebnisse. Ich selber habe jetzt nicht so kranke Akneunreinheiten. Das hatte ich früher ganz, ganz stark. Was ich aber immer noch habe, sind diese kranken Ausbrecher. Habt ihr selber schon Erfahrung mit Formalskin? Ich weiß, dass manche von euch auch benutzen die Produkte. Und ich sehe das halt auch immer viel bei Freunden oder ich kenne auch, wie gesagt, Ergebnisse von Freunden, wo das wirklich krank ist. Wie heftig so eine vernünftige Pflegeroutine mit den richtigen Produkten für deine Haut, weil es ist natürlich auch noch mal so eine Sache, dass du auch die richtigen Produkte benutzt und nicht einfach irgendwas, sondern die, die für dich individuell passen. Deswegen, Freunde, wie gesagt, 1. und 2. Monat 40% Rabatt. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne in der Infobox mal schauen. Und ich setze euch da mal den Link hin. Dann könnt ihr einfach mal eine Hautanalyse machen und das einfach mal ausprobieren. Ihr habt übrigens auch durchgehend eine ärztliche Behandlung über Formalskin. Ihr könnt auch immer wieder eure Formen neu anpassen lassen und sowas, dass ihr nochmal drauf schauen und so. Also das ist auch alles möglich. Deswegen wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Service. Ich werde mich jetzt mal umziehen. Ich habe übrigens gerade, es kam ein Paket an, aber es war Zoll und ich musste Zoll zahlen. Ich habe jetzt gerade kein Bargeld. Ich habe einen Zehner. Das Paket kostet 24 Euro irgendwas. Und ich muss es halt auch dann passend geben. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich will mich jetzt nicht schminken oder so. Ich glaube, das mache ich heute grundsätzlich nicht. Mal gucken, vielleicht nur so ein bisschen fresh ab. Aber das passt erstmal so. Und ja, ich muss noch heute richtig viel erledigen. Ich nehme euch halt mal ein bisschen mit. Und ich wollte eher noch mal ein bisschen mit euch deep talk halten, aber auch lange nicht mehr gemacht. Okay, ich habe das Paket mal abgeholt. Diesmal echt nicht so viel Zoll wie sonst. Ich checke das irgendwie auch nicht. Wonach berechnet man Zoll? Wisst ihr das eigentlich? Ich blicke da irgendwie nicht durch. Weil es manchmal geisteskrank teuer ist und jetzt gerade ging es irgendwie. Ich habe wieder was von Named Collective bestellt. Schaut mal so. Sieht das Ganze aus? Boah, ich finde die Jacke so cool. Oh mein Gott, Leute. Ich stehe so auf sowas. Krass, krass, krass. Ich finde es so geil. Ich finde es so schön. Ich weiß, es ist gewöhnungsbedürftig. Ja, gut. Ich finde die so cool, Freunde. Was ist der Plan? Ich habe euch ein paar Fragen auf Instagram gestellt. Nein, Quatsch. Ich habe euch den Stick auf Instagram gestellt und ihr habt mir die Fragen gestellt. Und ich setze mir jetzt mal hin mit euch und werde ein paar beantworten. Ich mache kurz mal ein bisschen fresh ab Make-up. Ich habe ja auch noch voll die blauen Flecken von dem Botox, Freunde. Das werde ich auch noch im Vlog hochladen übrigens. Ich war ja bei einem neuen Beauty-Asthetik-Studio. Ich habe mir ja mal die Lippen vor Ewigkeiten machen lassen. Habe dann noch so Verkapselungen. Kann sein, dass wir das komplett rausnehmen irgendwann nächstes Jahr. Das Hyaluron und das neu und vernünftig machen. Und ich habe halt auch ein bisschen Botox wieder in der Stirn. Deswegen noch ein paar blaue Flecken hier überall. Aber wie man sieht, es wirkt auf jeden Fall. Ihr seht das nochmal alles genau im Vlog. Auch zu dem Thema mit den Zähnen habe ich euch auf Instagram gezeigt. Ich habe ja drei neue Veneers. Ich habe mich schon so krank an die gewöhnt. Und es ist schon so, die sind so schön. Ich liebe es. Ich will auch unbedingt nochmal so Steinchen machen. Kati hat das jetzt so Steinchen auf den Zähnen, so Schmuck. Finde ich so schön. Ich mache mir immer Botox in die Stirn, was auch super hilft. Also ich bin so happy, dass ich das immer mache. Weil ich hier ganz, ganz tiefe, krasse Falten hatte. Mit 16, 17, 18 so ungefähr. Das angefangen, als ich es gemerkt habe. Ich habe halt eine große Stirn und einen richtig starken Muskel. Hier hat die Frau mir auch nochmal gesagt. Weshalb ich hier auch sehr dicke und tiefe Falten habe, die man jetzt nicht sehen kann. Weil ich natürlich seit langer Zeit Botox verwende, damit die gar nicht mehr entstehen. Also damit mein Gesichtszug... Ich habe geredet und ich hatte geisteskranke Falten, nur weil meine Mimik so stark ist im Gesicht. Ich versuche euch das zu erklären und mich so rechtfertigen, weil ich weiß, dass man das sonst nicht checken kann. Weil man sich so denkt, hey, du hast doch gar nichts auf der Stirn, warum benutzt du Botox? Oder man sagt so, hey, du bist doch viel zu jung, du brauchst das nicht. Aber das ist ja genau das Ding. Wenn man jung ist, sollte man es ja eher tun, damit gar keine Falten da entstehen. Ich weiß ja, dass hier vererbt ganz starke Falten entstehen. Bei mir, ich hatte es ja schon, deswegen arbeite ich präventiv dagegen durch Botox. Das ist einfach super, das ist einfach super geil. Freunde, ich habe... Oh mein Gott, wie schlau! Nee, ist zu hoch, wird so klein. Freunde, ich mache mir jetzt Toast. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich mache es einfach mit Nutella, weil ich habe keinen Appetit. Ich finde alles ekelhaft und deswegen sowas Süßes geht gerade, glaube ich. Ich habe Hunger, ich will aber nichts essen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe phasenweise immer so Momente, wo ich wochenlang nichts essen kann. Keinen Appetit habe und die ganze Zeit im Hungern bin und es nicht schaffe, irgendwas zu essen, weil ich nichts mag. Und wenn ich was esse, es fühlt sich so an, als wäre ich satt. Aber ich habe richtig Hunger. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, verstehen könnt ihr auch immer. Manchmal habe ich dann aber auch so Phasen, wo ich richtig viel essen kann und richtig Bock habe, so richtig kranken Appetit. Und das geht dann auch so wochenlang. Und dann habe ich manchmal Phasen, wo ich richtig viel für mich koche und super ausgeglichen bin. Und keine Ahnung, es ist so komisch, weil bei mir ist es immer so geisteskrank extrem. Ich kann nichts essen irgendwie. Keine Ahnung, falls ihr das auch kennt oder habt oder keine Ahnung, sagt mal Bescheid in den Kommentaren. Das Einzige, was ich jetzt gerade essen kann, ist Nutella. Also, lasst uns ein paar Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Jemand schreibt zum Beispiel, sparst du gerade für was Bestimmtes, was du dir gönnen möchtest? Es gibt tatsächlich gerade zwei Dinge, die ich mir kaufe, die ich eigentlich brauche. Aber es ist mir einfach gerade zu teuer. Erstens, ich brauche einen Schrank, der da hin muss, weil da sind so viele Dinge, die da stehen, die ich alle in einen Schrank unterbringen muss. Und deswegen, das fehlt mir gerade. Aber den, den ich möchte, von Ikea, selbst zusammengestellt, groß, hoch, breit, also so richtig groß, damit da ganz viel reinpasst, kostet 1,5. So, wow, das ist, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie nicht bereit, dieses Geld auszugeben. Vor allem, weil da gibt es halt noch eine Sache. Ich brauche auch ein Objektiv für meine Kamera. Ich benutze das, mein altes Objektiv, das geht auch fit, aber ich brauche eigentlich auch mal ein vernünftiges Objektiv. Wenn ich mir jetzt schon eine richtige Kamera zulege, kann ich mir jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, also, brauche ich auch ein Objektiv, ne, macht ja Sinn. Aber das kostet auch so um die 1,5. Weiß ich ja jetzt nicht. Nee, ich lasse mir da auch ein bisschen Zeit. Aber das sind so Dinge, die ich mir gerade sehr gerne gönnen würde. Besonders den Schrank, damit hier alles mal seinen Platz hat. Kevin schreibt, warum ist eine so schöne Frau Single? Was erwartest du dir von einem Mann? Keine Ahnung, Leute. Also, einerseits habe ich schon immer Bock gehabt auf eine Beziehung, auf was Festes und so. Aber andererseits bin ich auch niemand, der so schnell in eine Beziehung springen würde. Also, ich würde mir da schon immer sehr viel Zeit lassen. Und ich habe ja in den letzten 5 Jahren, wow, wir feiern 5 Jahre Single. Das ist krass, oder? Überleg mal kurz. 5 Jahre war ich in einer Beziehung damals und jetzt bin ich seit 5 Jahren Single. Das 5. Jahr, an dem ich alleine, das stimmt gar nicht. Dieses Mal bin ich gar nicht alleine an Weihnachten. Ich bringe mich Lina mit. Oh, ist nicht süß. Was soll ich sagen? Es muss einfach match, es muss einfach passen. Und ich bin da auch nicht so strikt, dass ich so kranke Erwartungen habe und irgendwas Äußerliches oder so Oberflächliches oder ganz bestimmte Charakterzüge. Ich würde sowas jetzt nicht vorschreiben. Aber ich weiß es auch gar nicht. Es ist einfach, es muss einfach matchen und gut ist. Jemand schreibt Geschenk an Freunde und Familie. Ich habe letztens in meiner Abonnenten-Story ganz viel gepostet, was ich gekauft habe für meine Familie und Freunde und so an Geschenken. Ich habe übrigens noch nicht alles. Habt ihr schon alles? Ich muss morgen unbedingt noch Geschenke kaufen gehen. Ich habe einfach für Mama noch nichts, für Papa noch nichts. Ich habe diese Big-Geschenke so, habe ich noch nicht. Aber ich weiß schon, was ich hole. Aber ich habe es noch nicht geholt. Naja, auf jeden Fall, was immer geht, sind Gesellschaftsspiele. Ich liebe Gesellschaftsspiele. Und es gibt so viele coole, verschiedene, die man auch vielleicht noch nicht kennt. Oder witzige Fragen-Spiele gibt es auch, so voll viele Versionen. Sowas finde ich immer richtig cool zu schenken, weil wenn du das schenkst an Weihnachten oder so, habt ihr auch direkt eine Beschäftigung. Das kann man dann direkt auch zusammen spielen. Deswegen finde ich das eigentlich immer sehr, sehr cool. Gutscheine für Aktivitäten oder generell so Unternehmungen immer richtig schwer. Bei meiner Familie ist bekannt dafür, dass man sowas einfach niemals einlöst und das einfach vergisst, es einfach nicht macht, bis es abgelaufen ist. Und das ist dann auch einfach super scheiße. Deswegen habe ich mir angewöhnt, das nicht mehr zu machen und tatsächlich nur noch Materielles zu schenken. Und da ist halt so Geschenke wie Spiele halt schon Top 1, so schon ganz geil. Oder ich gehe halt dann gerne auf sowas wie Depot oder so kleine Ramschläden auch oder so, wo es halt viele Kleinigkeiten oder Dekortikel gibt. Und da findet man auch immer voll oft Sachen. Wie kommst du auf die Ideen für deine Tattoos? Die letzten sechs Tattoos, die ich gemacht habe, da habe ich auch einen Blog von gemacht. Auch dieses Pretty Poison an meinen Knien, das haben wir halt einfach for real kurz vorher uns überlegt. Ich habe so, während Kobe und Mona sich tätowieren lassen haben, habe ich so geguckt, was finde ich cool und so. Habe so mich inspirieren lassen bei Pinterest. Habe so richtig tiefgründig nach bestimmten Wörtern gesucht oder bestimmte Dinge und kam dann bei diesem Pretty Poison zum Beispiel die Schriftart und die Stelle fand ich geil. Aber dieses Pretty Poison habe ich mir selber überlegt, weil ich wollte irgendwas, was entweder was Gegensätzliches oder etwas, was natürlich zusammenhängt. Also entweder oder, sonst macht es keinen Sinn bei so einer Stelle. Und dieses PP fand ich auch cool und das ist ungefähr gleich lang. Das fand ich auch cool. Wir hatten auch noch so ein paar andere Ideen, was man da hinschreiben könnte, aber Pretty Poison finde ich auch noch passt irgendwie so zu mir als Charakter voll gut. Wenn man sich überlegt, was passt zu einem, was mag man, ob charakterlich oder was man sich wünscht, was man sich vorstellt, wie man so drauf ist, keine Ahnung, man muss es einfach irgendwie mit sich verbinden. Und ich liebe halt Wörter, ich liebe Texte und deswegen habe ich auch ganz viele Sprüche oder Wörter auf meinem Körper. Die meisten Sachen sind ja wirklich eigentlich textliche Tattoos, kleine und nicht so bildliche. Ich habe ja auch We One Mr. Sark hier stehen, weil ich so ein riesen Marvel-Fan bin. Ich habe auch Endgame hier stehen, das ist auch wegen Marvel, weil das auch beides zu Marvel passt, aber nicht so krass kitschig ist und auch irgendwie einen anderen Wert für mich hat. So eine andere Bedeutung, die auch ein bisschen persönlicher ist. Ja, es hat einfach mehrere Bedeutungen, deswegen finde ich das auch eigentlich voll cool. Aber Pinterest ist schon eigentlich eine gute Sache. Da kann man auch immer so einfach Ideen finden, wo man geile Tattoos machen kann, also welche Stellen schön sind, welche Stellen einem gefallen, Sprüche. Und ich sehe dann auf Pinterest zum Beispiel immer was, was mir gefällt und wandle das dann einfach vielleicht so ein bisschen um, indem ich mein eigenes Wort daraus mache und irgendwie so mir einfach Inspiration hole, indem ich mir denke, boah, die Stelle ist cool, aber ich glaube, ich würde es so machen und so. Wisst ihr, was ich meine? Die Frage kommt schon super oft, und zwar was mit Vlogmas. Ich habe einfach einen Vlogmas hochgeladen und dann gar nicht mehr. Und ganz einfach, Freunde, ich dachte mir so, boah, komm, ja, wäre eigentlich geil, ich ziehe durch. Und dann dachte ich so, boah, ich schaffe das schon irgendwie. Dann war die Hochzeit meiner Schwester und so viele Dinge waren im Dezember und ich wollte auch ein bisschen mehr mich jetzt auf Instagram so ein bisschen fokussieren oder generell. Ich habe noch so viele andere Dinge im Hintergrund gerade, die es mir einfach unmöglich machen, jeden Tag ein Video zu drehen, zu schneiden, hochzuladen. Auch wenn es nur Vlogs sind, ist der Schnitt und das Hochladen schon sehr aufwendig. Also im Großen und Ganzen, wenn man darüber nachdenkt, dass man es jeden Tag macht. Und es lohnt sich bei mir halt gar nicht, jetzt irgendwie jemanden dafür zu bezahlen. Ich hätte da auf jeden Fall jemanden, aber das würde sich dann überhaupt nicht rentieren. Deswegen mache ich das auch einfach lieber selber. Besonders bei Vlogs mache ich das auch lieber selber. Im Endeffekt ist mir sehr, sehr früh, wie ihr schon gesehen habt, nach dem ersten Vlog. Ich hatte auch tatsächlich schon ein paar andere Vlogs, die habe ich aber einfach nicht hochgeladen oder nicht geschnitten. Nach dem ersten habe ich halt einfach direkt schon gemerkt, okay, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu mir selber. Es macht gar keinen Sinn. Ich werde es nicht schaffen, vor allem, wenn ich dann die Zeit in Traben-Trabach bin, weil meine Schwester geil rastet und so. Keine Ahnung. Wenn man das mal richtig macht, dann muss ich mir das echt ein bisschen mehr überlegen und im Voraus, ich muss einfach mal ehrlich zu mir selber sein. Ich will nämlich immer viel zu viel, was ich nicht alles umsetzen kann. Und ich will einfach mal zu viel. Und es macht halt einfach keinen Sinn. Und ich muss dann einfach mal ehrlich sein und auch Abstriche machen und sagen so, ey, guck mal, das macht keinen Sinn. Und ich gehe halt einfach diesen einen Weg und nicht zehn verschiedene andere, weil das will ich immer. Wisst ihr, was ich meine? Was hast du für Extensions und wie heißt die Farbe? Ja, meine Haare, Leute, habt ihr heute gesehen, haben wir gestern schön gemacht. Nochmal neue Extensions. Wir nehmen immer richtig lange Extensions, schneiden die dann so ein bisschen ab. Die gehen halt so ein Stückchen über die Brust. Wir haben diesmal auch nur eine Farbe genommen. Wir haben sonst auch gerne gemischt. Das sieht nochmal natürlicher aus, wenn man verschiedene Blondtöne mischt. Wir haben aber nur eine genommen, weil wir mich auch diesmal wieder komplett gefärbt haben. Also wieder komplett. Wir haben wieder blondiert, aber auch nicht von Ansatz an, sondern sie macht immer so tolle Highlights rein, damit es schön rauswechselt und nicht komisch aussieht. Halt schön abmattiert, damit es ein schönes, kühles Weißblond ist, soweit wie es möglich ist. Ich bin super weiß im Gesicht, gerade matcht die Hautfarbe wirklich meinen Haaren. Ich gehe immer zu Melina Best Friseur und die haben halt ihre Extensions. Das ist halt einfach ein schöner Weißblondton. Das Ding ist, ich bin ja auch schon blond. Das heißt, bei mir ist es jetzt nicht so aufwendig und schwierig, helleres Blond hinzukriegen. Diese Frage, wie feierst du Silvester? Leute, ich weiß, ich habe euch das selbst schon mal erzählt. Ich hasse Silvester so sehr, weil es mich einfach traurig macht. Das Jahr geht zu Ende. Ich finde einfach alles scheiße. Ich weiß nicht, warum. Ich freue mich nicht so, boah, geil, neues Jahr, neue Sachen stehen an, cool, bla, bla. Nein, in meinem Kopf ist einfach nur schrecklich scheiße. Ich will schlafen, ich will alleine sein, ich will heulen. Ich hasse es, wirklich. Das ist für mich Silvester. Und ich hatte, glaube ich, ich hatte erst einmal Silvester, was eigentlich ganz cool war. Da war ich mit Melanie und meinen zwei besten Freunden zusammen im Hyatt Hotel. Wir haben da alle gepennt und sind dann in Düsseldorf in der Meerbar feiern gegangen. Also haben dann da Silvester gefeiert. Auch so richtig schicken Kleidern und so. Das war so voll geplant und das war irgendwie auch voll cool. Silvester, ganz schwierige Sache bei mir. Letztes Jahr war auch, da ist auch eine Sache passiert, die war nicht so cool irgendwie für mich. Wie feiert ihr Silvester? Am liebsten würde ich einfach bei mir schlafen und dass mich einfach keiner nervt. Aber Nico feiert in seiner WG mit allen zusammen. Er hat ganz viele Leute eingeladen und die wollen eine Silvesterparty machen. Meine zwei besten Kumpels, Benni und Marvin, die ihr jetzt auch mal, glaube ich, langsam mal kennen solltet. Die sind halt auch eingeladen und die zwingen mich dazu auch zu kommen und sagen, sie wären sehr sauer, wenn ich nicht kommen würde. Deswegen bin ich so ein bisschen dazu gezwungen. Andererseits will ich nicht wirklich kommen. Es sind zwar viele Leute da, die ich mag, aber es werden auch so ein, zwei Leute da sein, mit denen ich auf gar keinen Fall eigentlich ein neues Jahr feiern will. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin eine Person, wenn Menschen da sind, die mir nicht gut tun, die schlechte Menschen sind. Ich sag mal so. Ich mag eigentlich immer jeden. Jeder ist nett und alles ist cool. Ich habe immer, ich sehe immer das Gute in Menschen. Übrigens, ich bin auch mit Peyton wieder gut. Das habe ich euch, glaube ich, gar nicht erzählt. Aber wir haben uns auf Events öfters gesehen und haben nochmal gequatscht und so. Und das ist eigentlich alles cool und Frieden, alles gut und so. Und wenn sie jetzt da wäre, das wäre überhaupt nicht schlimm. Das wäre cool, alles in Ordnung. Wisst ihr, was ich meine? Aber es gibt halt andere Menschen, die sind einfach bösartig. Die sind einfach schrecklich. Und sowas triggert mich halt einfach extrem, sodass ich einfach keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen. Wisst ihr, was ich meine? Man denkt so, ja, okay, scheiß drauf. Mir sagen auch immer alle so, ja, scheiß drauf. Ist doch egal, ich ignoriere das einfach, bla, bla. Aber ich denke nur so, ich will mich einfach nicht damit beschäftigen müssen. Dafür bin ich mir viel zu viel wert. So scheiße drauf. Ich will einfach dem aus dem Weg gehen, mich damit zu tun haben. Nicht daran denken müssen, mich nicht damit beschäftigen müssen. Deswegen, sowas fuckt mich ab. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Ich kann es euch ehrlich gesagt noch nicht sagen, was ich mache. Vielleicht werde ich auf dieser Party sein. Und es ist wahrscheinlich, mein Gefühl sagt, dass ich werde es sehr bereuen. Und es wird wieder sehr abgefuckt sein. Besonders, weil Silvester generell für mich scheiße ist. Ja, jetzt habe ich wieder so richtig viel rausgehauen. Das ist so nice. Macht irgendwie voll Spaß, euch so viel zu erzählen. Meinung zu Sascha. Wie lustig, dass das jetzt kommt. Habt ihr dieses TikTok gesehen? Das war ja auch, also da war ich wirklich schockiert. Weil das bei mir juckt es ja niemals irgendwen, ob ich mit irgendeinem Typen irgendwo chille. Weil ihr wisst einfach, dass ich einfach viele männliche Freunde habe. Und man würde kaum auf die Idee kommen, so von wegen, öh, könnte das Selinas Neue sein? Das juckt halt einfach keinen. Weil ihr wisst, ich bin mit so vielen Männern befreundet. Und wenn ich irgendwen habe, dann würde ich euch das erzählen. Und ich würde zudem eigentlich nicht Videos mit dem drehen oder irgendwo mich mit dem zeigen. Auf jeden Fall auf dem Monte Winter Show war übrigens sehr cool. Mein Blog habt ihr auch sehr gefeiert. War auf jeden Fall nice. Da saßen wir alle so an meinem Tisch und ich saß neben Sascha. Oh mein Gott, ich saß neben ihm und hab ihm auf meinem Handy gezeigt, wie Ron und ich hingeflogen sind beim Schlittenfahren. Und die Kommentare auch alle so, hä, was labert ihr? Die sitzen doch einfach nur nebeneinander. So von wegen, da stand irgendwas von wegen Saschas Neue und sowas. Kompletter Schwachsinn. Aber witzig, das beobachte ich auch immer wieder bei Menschen wie Sascha jetzt oder andere Leute in der Öffentlichkeit, die gerade Single sind. Die werden so geisteskrank auseinandergenommen, beobachtet, was die machen, mit wem die sind, neben wem die sitzen. Alles ist so, oh mein Gott, könnte das jetzt so. Und bei mir juckt es ja keinen. Aber bei so Menschen, die sich so früh trennen, also bei mir würde es ja jetzt keinen von euch jucken, oder? Sei mal ehrlich. Aber wenn jetzt ja jemand ist, der sich frisch getrennt hat, dann ist immer so voll das Auge drauf. Das war lustig, das gesehen habe ich mir so, hä, warum, wen juckt das denn? Also wie dumm ist das denn? Aber naja. Jemand schreibt Bodycount und ich habe gerade bei Threads gelesen, dass ein Mädchen geschrieben hat, so von wegen, Bodycount zählt erst, wenn die Frau gekommen ist. Ich fand das so lustig. Ja, dann ist Bodycount einfach mal ganz schnell auf die 1 gerutscht. Durchschnittsverbrauch vom M4. 15 Liter. Schon immer ein bisschen anders, aber so 12 bis 15 ist so normal. Schon geisteskrank, wenn man überlegt, dass mein Diesel vorher so 6 verbraucht hat. Okay, Freunde, das waren auf jeden Fall die Fragen, die ihr so gestellt habt, die ganz interessant waren. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Ich gucke gerade, oh mein Gott, ich habe gerade eine 20 Minuten Aufnahme gemacht. Das könnte ein eigenes YouTube-Video werden. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.